Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir Leute. Heute habe ich wieder was interessantes vor für euch und ihr kennt ja alle auch den MasterMC Server, wo wir mal gespielt haben aus Spaß und ich würde sagen wir gehen heute wieder drauf, egal ob ich die Sprache checke oder nicht, irgendwann werde ich sie checken und wir gehen auf den Server und sind eingeloggt. Gut, wie ist denn hier, wir können hier die Spielmodi switchen, mit dabei ist Go-Man, habe ich ganz vergessen. Party Join, okay, bin der Party beigetreten anscheinend, okay. Gut, da bist du, kann man hier fliegen, ne. Gut, wir haben hier so Sprungschuhe anscheinend, wo wir hier rumspringen können, wir können ein bisschen die Lobby anschauen. Hier haben wir Emojis, ist mir aufgefallen hier, zum Beispiel das hier, Emotes, genau, so wie in Fortnite vielleicht. Relax, ich check das eh nicht, wahrscheinlich verliebt oder so soll das sein. Oder, keine Ahnung was soll sein, so hier kann man das wieder weg machen. Und das ist wahrscheinlich zurück oder so würde ich mal sagen oder, ja, zurück einfach würde ich sagen, heißt das. Ein bisschen schwierig die Sprache zu verstehen, aber, ja, ich werde euch so ein bisschen was zeigen und was mir halt extrem aufgefallen. Das Lustigste ist, was mir extrem gefällt irgendwie an der Sprache, ist einfach, es gibt das Ö, hier sehen wir T und Ö. Das finde ich lustig, ich weiß nicht, ob es Ö ausgesprochen wird. Für die Leute, die die Sprache können, auf jeden Fall Respekt an euch, die Sprache ist extrem schwer oder sieht zumindest extrem schwer aus. Was ist das denn für ein komisches Ö da, auf der Seite hier noch, bei diesem It, mit zwei T vor allem, warum auch immer. Oder ist das noch ein Wort, ne, glaube ich nicht. Achso, wahrscheinlich, dass man sich Skins oder so runterladen kann. Hier haben ganz wenige Leute einen Skin. Hier kann man Spieler verstecken und aktivieren oder deaktivieren anscheinend soll das heißen. Äh, hier kann man, weiß ich nicht, was das hier ist. Ich glaube, das ist irgendwas mit Clan oder so. Was heißt das, Leute? Ich bin komplett blöd. Die Leute werden mich auslachen, die die Sprache können. Ich kenne ein paar Leute zunimmt, die die Sprache können. Oder eine gewisse Person, Grüße gehen raus, die hier die Sprache verstehen und die mich auslachen werden. Ähm, ja, lacht mich nicht aus, aber trotzdem, ich möchte einfach hier ein bisschen was spielen. Und, was ist das denn hier? Das ist ja irgendwie, wahrscheinlich auch, das ist aktiviert wahrscheinlich, das habe ich aktiviert. Und das ist ja dann deaktiviert wahrscheinlich. Äh, Sprungschuhe, warum die auch immer hier sind, obwohl man die hier auch machen kann, ne? Finde ich extrem unnötig eigentlich vom Server, aber okay. Ich weiß, hier kann eh keiner Deutsch hier auf dem Server, aber trotzdem. Egal, Englisch versteht mich sowieso wahrscheinlich jeder, aber die meisten schreiben hier nur auf Ungarisch ein bisschen was rum. Deswegen verstehe ich da eh nichts. Gut, Scobie, was wollen wir hier spielen? Hier haben wir zum Beispiel Murder, kennen wir von Hypixel. Dann irgendwas komisches. Ich möchte es gar nicht aussprechen, weil ich es falsch ausspreche. Kreativ, Event-Deck, wahrscheinlich so ein Event oder so, Bau-Event wahrscheinlich so, würde man sagen. Lass mal. TNT-Run, TNT-Run kennen wir auch von Hypixel, Fun-Minigame. Legenden, was weiß ich, was das ist. Ich klicke da einfach mal drauf jetzt. Äh, du bist kein Live-Ker. Hi. Kannst du Deutsch? Glaube ich nicht, oder? Nee. Was ist das? Hi. Hi. Was kann man hier machen? Team auswählen, ne? Äh, Kek, das finde ich eigentlich am lustigsten. Guck mal, Kek, Alter, ist blau. Ja, das darf man. Zölte ist grün und Saga ist gelb, okay. Saga erinnert mich so an Super Mario. Nee, Sega ist das, stimmt. Sega nicht. Spiel mal gegeneinander. Kann man hier ins Gleiche ziehen? Ich will mich eh holen. Ist das 1, ist das 1, oder? Kann ich hier nicht rein wegen. Hier ist wieder Leften, also hier haben wir wieder zurück, ne? Ich denke, das heißt zurück, ja? Schlag mir nicht, wenn es nicht stimmt, aber ich denke mal, ist verlassen oder zurückkehren oder was weiß ich. Irgend so was ist es auf jeden Fall. Ist ja eh alles das Gleiche, was ich hier gerade meine. Hier kann man die Kiste nicht öffnen, gut. Ein Spieler ist nachgejoint, ist dem Spiel beigetreten anscheinend hier. Ich komme hier nicht mehr weg. Ein 3 von 4, nee, das ist 4 mal 1 oder so. Kek, Alter, du bist echt so ein Kek, Digga. Nein, Spaß. Magst du blau? Ist doch blau, oder? Rot. Oh, warte. Grün und Gelb haben wir hier. Ja, man, siehst du, so lernt man die Sprache. Genau, man spielt eine Runde Bad Wars, man lernt erstmal die Farben, die ganz, die easigen, leichten Sachen, was weiß ich. Die ganz leichten Sachen kommen zuerst und danach kommen die ganzen anderen Scheißsachen, was man, was sich eh kein Mensch merkt. Wahrscheinlich steht da oben, willkommen auf Master MC, oder so würde ich mal sagen. Da kommt man gar nicht hoch. Und dann Herz oder, oder danke, dass sie auf Master MC spielen oder irgend so was heißt das. Warte. Ich weiß, ich weiß es eh nicht, also wer es weiß, in die Kommentare damit, bitte. Wir sind wahrscheinlich Bauteam, wahrscheinlich haben die die Map gebaut. Hä, wieso kommt hier keiner rein? Ist dem Spiel beigetreten. Was mir extrem aufgefallen ist, es gibt A, I, I, O, U mit einem A unten, oder A zum Beispiel und einen Strich oben. E genauso, es gibt U mit einem Strich, ist mir aufgefallen. Komm mal mit. Ich weiß nicht, was Hallo heißt. Ich bin so unerfahren hier gerade. Nicht mal das weiß ich. Komm mal mit. Lacka, lacka, ne? Fünf. Bist du bereit wahrscheinlich, ne? Ne. Bin ich bereit, Junge? Halt die Schnauze. Okay. Oh, wie süß. Corona, Alter. Corona, Junge. Ach, Kronen wahrscheinlich. Siehst du, wie ich es begreife, Alter? Ich weiß was. Okay, Eisen. Bronz. 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 Guck mal hier. Soll ich das Spiel noch umstellen? Auf die Sprache hier? Ne, ich mach ihn nicht. Das ist mir noch zu schwer. Kann ich irgendwann machen? Ne Challenge oder so? Boah, das wird schwer. Aber da muss mich jemand auslachen, sonst kann ich nicht spielen. PvP. Blöcke. What the fuck? Essen. Obwohl, ne. Nicht essen, was laber ich? Löwe, Alter, Löwe. E-Tel. Wahrscheinlich, das ist Essen. Das ist Essen, ja? Oder, oder ist das von Deutsch? Spinnennetz. Das kann nicht sein. Hä? Angel, Gold, Ende. Warum ist da nur das hier übersetzt und alles andere nicht? Bin ich blöd? Stärke, Trank, Regeneration. Boah, ich checke gerade null, aber wir machen jetzt erstmal Blöcke. Ich mach auch da super. Zwei Iron. Ja, okay. Boah, ich hoffe nicht, dass jetzt jemand kommt, ne? Wo ist das Bett? Hier oben, oder? Ganz oben. Wir spielen Bad Wars. Alter, ganz oben. Also, Bad Wars kennt eh jeder. Das brauch ich eh nicht erklären. Hier, oh mein Gott. Ich komm ja nicht hoch. Mein Ping ist aber nicht scheiße. Mein Ping ist auf, seh ich gerade nicht, aber auf 40, 50 oder so. Das ist eigentlich ganz gut, muss ich sagen, für österreichische Verhältnisse. Junge, ich komm ja nicht hoch. Ich dreh gleich hier durch. Jetzt bin ich oben. Fast. Junge. Wollte mich triggern. Ne, ich komm auch nicht von oben. Was ist ein Loch in der Mitte? Wahrscheinlich, äh, bau das Bett ein oder so. Du bist gestorben, du Opfer. Nein, Spaß. Siehst du, so viel, check ich auch schon. Da ist ein Löcher in der Map. Keine Ahnung. Die trollen uns wahrscheinlich. Ganz, ganz böse Leute hier auf dem Server. Ich save video, man. Warum videos.mastermc. Hä, kann mir das einer erklären? Ist Videos, Videos oder was? Wie belastend ist das? Oh, das ist so richtig krass. Zwei Sprachen gemischt hier. Einfach mal hier Deutsch und Ungarisch gemischt hier in Minecraft gerade. Das ist so. Ja, zum Glück hat man noch Deutsch hier nebenbei. Ohne den würde man gar nicht spielen können. Man spielte einfach genau 100 Minuten Bad Wars. Guckt euch das mal an. 95 Minuten hier auf der... Wieso, 0,8? Achso, die machen nicht 0,8, 0,4? Hä, die schreiben das ganz normal. Hä, wie schreiben die das denn hin? Sind gerade 100 Leute drauf. Er ist ein No-Shifting, Alter. Komm ich irgendwo zum Bett rein? Ja, stimmt. Hä? Wo ist das Bett hin? Piros. Junge, kirm ich nicht. Du hast ein Schwert. Ja, sorry. Mein Bett ist eh weg. Man kann nicht weiter zugucken. Ich muss mal mit Daniel hier spielen wieder mal. Das muss ich mir auch mal wieder machen. Sadagos Lieblings-Server kann man sagen, oder? Hm, verstehe ich auch nicht ganz. Ein paar Sachen verstehe ich hier gar nicht. Hat das Bett abgebaut oder hat das Bett zerstört? Wahrscheinlich wird es eher noch passen. Keine Ahnung. Abgebaut, zerstört ist mir doch so scheißegal, Alter. So, eher alles das Gleiche. Hier der Grüne. Was macht der Grüne? Der kämpft in der Mitte und... Oh mein Gott. Seht euch an, wie schlecht die Leute hier sind, ne? Das ist halt die Sache, ne? Die haben halt nicht so viel Ahnung von Minecraft, würde ich mal sagen, hier auf dem Server, oder? Ich will jetzt die Leute hier nicht beleidigen, aber die können halt einfach nicht so gut spielen. Ich weiß nicht, warum. Es ist halt so ein Cracked-Server. Ich habe nichts verloren hier gerade. Das kann ja nicht sein. Oh, der Grüne ist hier unten. Junge, bin ich behindert? Ja, er kommt von oben. Junge, schau, wie der nix kann. Guckt euch das mal an. Das ist krass. Ab hier runter. Ab das Bett. Oh, das macht voll Spaß hier irgendwie, weil die Leute so schlecht sind. Keine Ahnung. Ja gut, ich bin jetzt auch gleich tot. Ich weiß nicht, wie Minecraft in Ungarn so gespielt wird, sag ich mal. Ist einer der einzigen Server, die ich so kenne. Die halt nicht deutsch sind oder so. Keine Ahnung. Ich habe auch mal auf einem spanischen Server gespielt. Ja, jetzt kommt der andere abstaubend. Toll. Lacker, Alter. Du kleiner. Ne, ich sage nix, aber trotzdem. Korfab minus. Wieso steht da Korfab minus T? Keine Ahnung. Tod oder so. Tod oder so. Also bist du tot. Tod oder so. Ich finde den Teddybären zu süß. Warte, kann ich das wecken machen? Das war doch gerade hier weg. Obwohl, wenn ich weiter weg gehe, vielleicht geht das dann weg, ne? Ja, doch. Den Teddybär finde ich irgendwie cool, ne? Hier, das habe ich schon einmal gezeigt. Euch wird sofort auffallen. Es gibt A, E, I, O, U. Auf jeden Fall mit diesem Strich da oben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und was? Kommt, glaube ich, aus dem Französischen. Nein, nein. Obwohl, weißen. Doch, die Franzosen haben das auch. Ja, wir haben das Ö. Seht euch da. Guckt mal, Ö. Seht euch das an. Hier haben wir Ö, zum Beispiel hier. Finde ich eigentlich ganz lustig, so. Dieses P, das ist kein P. Das ist dieses O mit so einem oberen Strich. So einen länglichen, aber einen längeren. Nicht so einen, diesen kleinen Strichbomens da. Keine Ahnung, kann ich schwer sagen. Dieses Längliche, ne? Da ganz bei dem T. Und dann dieses O mit so einem Strich oben, ne? Also, das sieht wirklich geil aus irgendwie. Keine Ahnung, wie auf die Idee gekommen ist. Das ist halt, wenn man Scheiße um 1 Uhr nachts macht und einfach aufnimmt oder so, ne? Wieso steht da 1 vs. 1 vs. 1? 2 vs. 2 vs. 2 vs. 2? 3 vs. 3 vs. 3. Gibt es da jetzt mehr Farben? Türkis, Alter! Oh mein Gott, da muss ich lachen. Türkis. Ich nehme rot. Mit Z hinten, wie das aussieht. Türkis ist Türkis, ne? Ja. Es ist wirklich nicht so viel Unterschied, ne? Da braucht nur hinten ein S sein und dann ist es schon Deutsch. Ihr seht, wie krass die Sprache eigentlich ein bisschen... In Deutsch ist nicht so viel anders. Mester und so heißt der Meister, ne? Was übersetzt mir Google Übersetzer, wenn ich Meister eingebe und das auf Deutsch stelle? Das ist so komisch, ne? Wenn ich Meister eingebe und das auf Deutsch stelle, steht da Master, ne? Junge, das heißt Meister, Junge. Der Google Übersetzer, den kannst du sowas von vergessen. Achso, es geht los. Ja, ja. Ich kann keine Treppen hochgehen. Oh, ich bin Tickis. Ich bin Tickis, das freut mich gerade extrem. Wett nicht, wenn ich das Spiel auf Ungarisch stelle, dann steht da auch Bronz, ne? Wetten. Aber ich mach's jetzt nicht. Ein bisschen Deutsch muss ich schon noch hier nebenbei haben, weil sonst kann ich gar nichts, ne? Warum kann man hier die Leiter nicht hochgehen? Soll die scheiße. Werkzeuge, oder? Aber ein Boot ist doch kein Werkzeug, hä? Alter. Komisch, komisch. Wirklich sehr komisch manchmal. Aber okay, damit muss ich jetzt leben. Guck mal, was... Junge, was ist das denn? Bei mir unten war ein Skelett. Es gibt einfach keinen Endstein. Ich dreh durch. Eißen Block. Ziegelblöcke, das gibt's hier bei uns auf Gomme oder so nicht, ne? Finde ich voll lustig. Das ist total komisch hier gerade. Ich kann hier nicht bauen. Achso, jetzt. Achso, ich bin nicht so nah dran, oder was? Ich kann hier nicht bauen. Ich wette, ich baue gleich wieder und ich fall gleich wieder runter. Ich wette, ich wette einfach. Junge, der kann... Der hat ein Cape. Der hat ein Cape ohne Scheiß. Der ist gut, ne? Der wird mich klatschen. Er hat mein Bett. Oh, der ist nicht schlecht. Der ist... What? Heckt der? Ja, gut, ich bin... Was haben wir hier noch... Das verstehe ich nicht. Was ist das denn? Also, kann mir das irgendjemand übersetzen? Ich glaube, das ist... Also, wir haben hier UHC. UHC kenne ich schon, ne? Das ist so ein Überlebensspiel. Also, wenn man einmal tot ist, ist man tot, ne? Wie Varro circa. Nur mit Gold, Äpfel und PvP. Team gegen Team. Fun-Minigame. Weiß nicht, was das hier ist. Ich will jetzt nicht stören, aber... Ja. ...der gegen Platz 2 gespielt. He, gegen Platz... Monatlich, ne? Top 30 monatlich, ne? Und... Und Gesamtplatz 1. Gesamtplatz 1. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. Der hackt nicht, ey. Wenn der Platz 1 ist... Alles PvP. Guck mal, vor allem... XX, PvP, Melon, PvP, XX. Hä, ich hasse solche Namen mit diesen XX. XXX, du Gangster XX, oder was? Mediamarkt steht da einfach mal. Wo? Es steht einfach mal Mediamarkt. Heißt Mediamarkt, Mediamarkt? Nicht euer Ernst, oder? Wir sehen jetzt hier, dieses J, A, irgendwas. Das heißt wahrscheinlich Spieler. Da würde ich mal sagen, wie viele Spieler gerade drauf sind. Das ist irgendwie logisch, irgendwie. Das würde Sinn machen, das hier hinzuschreiben, ne? Wie viele Spieler gerade online sind, ne? Das macht schon Sinn, das hinzuschreiben. Was mir auch gefällt, dass die Schrift sich so... Dieses Videos.mestermc.hu Dass ich das so... Ähm... Färbte, würde ich mal sagen. So auf blau. Seht ihr das gerade, ne? Aber das ist so leicht, das einzustellen, ne? Hier ist ein Schwein, oder was das ist. Creeper. Bin ich nicht. Was ist das denn hier oben? Was soll das hier darstellen? Kennt doch kein Mensch. Ja, der good kick. Aber egal, hier braucht mir keiner helfen. Ich will nur das... Ich will nur das wissen, was das hier ist, ne? Ja, wie ein... Für die Leute, die es checken, das kenne ich, das kenne ich auch. TNT Run kenne ich von Hypixel, habe ich ja schon mal gesagt. Das wüsste ich auch gern, was das ist. Videos, wahrscheinlich irgendwie Videos. Hunger Games kenne ich sowieso. Mindstrike kenne ich, glaube ich, auch. Memory Builders, keine Ahnung. Ich glaube, es ist so ein Bau... Bild Battle, genau. Das ist so ein Bau Battle Zeug da, wo man sich halt gegeneinander bekämpfen kann. Sag ich mal, wer besser baut. Wer besser bauen kann, genau. Event Labor. Dann das hier, was ich auch nicht checke, das würde ich auch gern wissen. Wahrscheinlich zum Bau-Server, irgend sowas müsste das sein. Hier Spieler verstecken, das habe ich mittlerweile schon begriffen. Das brauche ich nicht durchlesen, das checke ich eh nicht. Das ist halt Spieler verstecken oder... Das geht aber, das ist... Das geht eigentlich die ganze Zeit. Aktivieren, deaktivieren, 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 okay. Ne, ich lasse es mal deaktiviert. Ich möchte hier die ganzen Spieler sehen, die hier drauf sind. Gut, Leute, wir beenden das Video und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, wir bringen safe noch ein paar Videos von diesem Server hier. Weil der Server einfach so geil ist, ne? Und... Ja, bin ich dreimal. Ich habe nichts geschrieben, ne? Ich schreibe hier gar nichts. Ich habe nur Hey geschrieben und keiner hat mir geantwortet. Kurva. Ey, wollt ihr mich triggern oder was? Wahrscheinlich konnte ich mich nicht anmelden oder so. Keine Ahnung, irgend sowas muss das sein. Egal, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.